Hallo und herzlich Willkommen meine Freunde zu Viper Tours, nein Spaß beiseite, zu einer weiteren Folge Battlefield 4 Multiplayer, wir spielen, ich kann nicht fliegen, warte ich, Alter ich kann voll nicht fliegen so, ich bin voll der Bob da drin, warte ich kann doch fliegen, was willst du denn? Andreas spring aus, spring aus, um Gottes willen, spring aus, wir werden grad, warte ich geh mal auf die Testrache, wir landen mal eben, steig um, steig aus, steig ein, ich steig auch rein, alles gut, alles safe, ab auf die, jetzt hast du Eifrig gemacht wegen Sandsturm, ne? Ja sicher, ha 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 ha, ooooh, was hat der gemacht? Wow, der war aber knapp, mein Freund. Ne, ne, ich kann fliegen. Immer schön auf die Flagge schießen. Der alziker hier, hier fliegen kann man. Alec, du kannst gar nichts, außer Scheiße aussehen, ja? Du hast mich noch nie mal gesehen, du Wichser. Ich brauch ne Mechanika. Du kommst nicht aus Deutschland, du musst Scheiße aussehen. Ich bin Italiener, mach verhandeln. Ja, noch schlimmer. Italiener, Dreckspack, Alter. Nicht Italiener, ich bin Schweizer. Nee, aber ich bin... Dann hast du ja die zwei schlimmsten Nationen in einem, Alter. Drei, ja, aber Franzosen, ja. Ach du Kacke. So ein Baguette-Fresser ist er auch noch, ey. Ey, warte mal, eigentlich... Komm, wir fahren mit dem Panzer, komm. Italienisch, Italienisch und Deutsch. Halt's Maul. Um wen interessiert das? Keinen. Lass dein Plätze tauschen. So, ich hab fast nichts für den Panzer freigeschaltet. Ich hab echt fast nix... Hast du jetzt meine Lackierung vom Panzer genommen? Nö, nö, meine. Okay, die sieht hässlich aus. Was machst du denn da? Was machst du da? Komm, den Berg nicht hoch. Ey, der Heli hat schon ordentlich Damage gefressen, so. Fahr bitte nicht durch den... Machst du in Bewegung! Ist down. Fahr mit feindlichen Soldaten in eurem Bereich gesichtet over. Fahr bitte nicht in den Pool. Nö. Hinter uns. Und wo? Vorsichtig vor uns. Da stand einer mit der RPG. Ich hab geschossen, aber mein Panzer wollte nicht. Ja, dann weißt du, dass es Alex schuld. Der hat den Panzer programmiert. Ab in den Heli! Ab in den Heli! Ich hab nur die Level... Äh, aussteigen. Platz wechseln. Warte, warte, warte. So jetzt. Jo, go, go, go. Er wird zur Unterstützung in unserem Sektor. Go, go. Hallo, Rangers. Ja, so ungefähr. Ja, ich mach erstmal hier die Minen kaputt. Alter, wie fliegst du? Dankst du? Ja, weil ich weiß, wie Alec fliegt. Und wenn Alec sagt, du kannst nicht fliegen, dann muss das schon was heißen, wenn Alec meint, dass er fliegen kann. Weil Alec fliegt schon behindert. Ja, ich denke, Alec meint aber, der kann hier den Birdcoach fliegen, aber ich kann hier diesen, äh, normalen Schiff. Wie Viper. Oh, die Dinger raus. Ich hab die hier schon eingesetzt. Echt? Das hab ich gar nicht gehört, diese... Ja, das sind immer noch Sound-Trailer. Ja, ich bin immer noch Erster im Team. Was da los, ey? Weißt du, schon spielt, äh, hier Spacko nicht mit von Alec, ey. Weißt du, schon läuft alles perfekt. Ich bin der Erster, ne? Ja, ich bin Zweiter. Wo bist du? Ja. Hier, lass uns das Fazit die LAV nehmen. Die Luftabwehr. Ich hab die Flugabwehr. Ey, lass mich da einsteigen. Hier, bitteschön. Oben ist einer, ne? Mit der Flagge. Ja, den schnapp ich mir jetzt. Die Flagge ist im verbündeten Besitz. Die Flagge ist in unserem Besitz. Deutlich, 20er FG-Schuster zu sein. Wo ist der Hurensohn? Wurschlag, Rallette! 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 Achtung, der Feier hat seinen Treppen wieder ober. Auf, auf, nach oben. Ich bin nicht mehr. Oh, drecksnett, Mann. Da hast du nicht ganz unrecht. Ja, wegen diesem Dunge-Dum, das ist ne Scheiße. Der Level-Ocean. Ach, dann geht's weg. Hey, links steht immer... Hey, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Rechts ist ein Panzer. Ich bin nicht mehr erster, äh, zweiter, so. Das geht voll nicht klar, also... Hey, ich muss mich jetzt eigentlich fertig machen. Ja, okay, 10 Minuten kann ich noch zocken. Ähm, dir, 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 dir... Hey, warte! Ja, der Fahrzeug kann noch nichts mehr haben, so. Ja, aber ich hab jemanden mit meiner Slam getötet, so. Und ich bin wie der Zweiter. Ale, komm, bist du so still? Ist Ale überhaupt noch da? Ja, na, 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 na. Komm mit in mein Fahrzeug, steig um auf mein Fahrzeug. Ey, lass mal unsere Flagge wiederholen, jo Pass auf, der geht da nämlich jetzt hoch Und wo ist der Typ, ist der schon oben so? Ich habe ihn, ich habe den Flaggentöter getötet Den Flaggentöter getötet Den Flaggenträger getötet natürlich, meine ich Und die Flagge gehört uns wieder So, und zurück Meine LAV steht da auch noch, das ist fein Ja, ich klau jetzt die gegnerische Flagge, ne, so Spaw mal bitte ganz schnell bei mir Dankeschön, es würde aber einen hochgehen So, steigst du aus und holst gleich die Flagge Wo fahre ich eigentlich gerade hin Ja, bleib einfach da Ja, alles klar Ich dreh schon mal eben ganz kurz Komm runter Hast du die Flagge? Fahr du, fahre du, fahre du Ja, du hinkst auf dem Stein, mein Freund Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen UMG-Schützen Was für Steine, Mann Da war ein Stein, jo Pass auf, wir machen das jetzt ganz schnell ab in das Quad hier Hier, Quad, hier, Quad Hab auch einen Quad Ja, wir fahren zusammen So Nee, fahr du dann mit dem, ich fahr dann mit dem Ja, aber beeil dich bitte, Alter Ich werde hier hardcore dran angeschossen, so Alter, ihr geht einfach Ich bin getroffen worden Von der SKS Ich spaw bei dir jetzt, ne? Oh, shit Oh, shit Komm, hier, nächstes Spaw bei mir, spaw bei mir, spaw bei mir, spaw bei mir, spaw bei mir So, ich fahr schon mal los Und jetzt Oh, Monsterdingen Ich finde den Buggy mit am geilsten von den Fahrzeugen Ohne Spaß Ich hasse Steine, wo man hängen dranbleiben kann Da ist ein Gegner, pass auf Wow Steig aus Steig aus Wir gehen zu Fuß Wie negativ Ja, steig ein hinter diesen Quad Gebt die Rückendeckung Hey, hier ist so ein dicker, fetter, orangener Panzer Also ein gegnerischer Panzer Ich muss meine Meine Small Nachladen, so Hinter dir, hinter mir Einer mit der Ämter Da, wo ich gestorben bin Ist jetzt einer mit der Ämter Da sind noch welche gespawnt Scheiß, was drauf Wir nehmen uns als Nächste Hier im Quad Hier ist ein Quad Ich hab ein Quad Soll ich dich abholen? Nö, 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 warte Hier Fuck it Ja Leute, das war's dann auch mit dieser Folge Battlefield 4 Multiplayer Hau da rein Bis zum nächsten Mal Loob Loob